Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier im Ford Store, dem Flagship Store vom Automobilforum Kuttendreier in München und wir schauen uns heute den neuen Ford Focus an. Und da das Automobilforum Kuttendreier total international aufgestellt ist, laufen zurzeit die internationalen Wochen. Das heißt, ich werde die Mitarbeiter in verschiedenen Sprachen zum neuen Fokus interviewen. Und da bayerisch ja die traditionelle Sprache hier in München ist, starten wir mit unserer bayerischen Kollegin Bianca Bichl-Eder. Was kann denn der neue Ford Focus alles? Servus, erst einmal herzlich willkommen. Also der neue Focus ist definitiv das Beste, was wir jemals gebaut haben. Der hat so viele Technologien drin. Wir sind aktuell Platz 1 in der Automotorsport. Das ist eine absolute Auszeichnung, Head-Up-Display, Panoramaschiebedach und massig viel Platz drin. Sehr gut. Hat man denn auch genug Platz im neuen Fokus? Ja, also ich glaube, das ist offensichtlich. Egal, ob es jetzt ein bisschen ein kleineres Dirndl oder so richtig gestandener, ausgewachsener Mo bist. Prodi, Schultern, lange Haxen, das passt hier alles rein, massig platt. Sehr gut. Also wie man sieht, ist einiges los beim Automobil vor dem Kuttendreier und der neue Ford Focus ist super in allen Sprachen. 胡 Methoden,oney Winther zu stunned Und hierfür Ciao, Zeus. Und hierfür Lewis. Und hierfür helfen. Und hierfür auch noch nicht mehr. Vielen Dank.